Und was hat sich getan in den letzten drei Jahren, also so am Markt generell und bei euch auch vor allem? Was habt ihr für neue, spannende Projekte gekauft? Die Welt hat sich verändert. Vor drei Jahren war es deutlich einfacher. Die Anfrage war da und wir hatten keine große Knappheit, weil bis auf die Grundstücke war alles da. Kapital war da, Baummaterial war da und die Firmen könnten das auch bauen. Jetzt 2022, wir haben drei große Knappheiten. Keine Grundstücke, keine Firmen, die Potenzial haben und keine Baumaterialien. Und das treibt natürlich die Preise nach oben. Das macht alles noch komplizierter. Die Nachfrage ist da, aber die Renditen gehen natürlich nach unten. Und wenn die Zinsen parallel nach oben gehen, dann wird das ein bisschen kritisch. Aber wir sind trotzdem optimistisch, weil wir haben uns neu orientiert und da sind wir gut dran. Was kauft ihr aktuell für Objekte? Vorhin im Vorgespräch hast du ja schon so spannend gesagt, ihr kauft genau das, was kein anderer will. Unser Ankaufsprofil ist einfach. Wir nach dem Prinzip, wir denken global, agieren regional. Wir arbeiten nur in Baden-Württemberg. Und zweitens, wir kaufen das, was die anderen nicht möchten. Wir machen nur kleine Herausforderungen. Bis jetzt haben wir Gefängnisse entwickelt, Psychiatrien entwickelt, Klöster, Denkmalschutz. Wir haben über 20 Objekte unter Denkmalschutz entwickelt. Das hat kein Entwickler geschafft besetzt. Oder Bahnhöfe oder ganz schwierige Sachen, wo alle Parameter kritisch sind. Und meine Erfahrung ist, es gibt kein anderer Regional, der das schafft. Alle anderen Kollegen sind konzentriert. Die sind spezialisiert auf gewisse Produkte. Und wir machen die richtigen, komplexen Herausforderungen auf dem Markt. Ja, okay. Ja, dann werde ich auf jeden Fall dein Ankaufsprofil bei 7plusclub hinterlegen. Das heißt, du kriegst genau die Angebote, die du brauchst, kaufen musst und suchst auch. Und hoffe, dass da in der nahen Zukunft mal etwas dabei sein wird. Ja, wir entwickeln jetzt zwei interessante Richtungen. Die eine ist, da sind richtige grüne Projekte. Wir machen ein Projekt in Schwarzwald, wo wir nur grüne Komponenten haben. Erstmal, das ist eine Konversionsfläche. Das war ein Sägewerk. Zweitens, die Wärmeversorgung läuft über Fernwärme. Und zwar, das ist ein Sägewerk, was aus den Resten von den Bäumen Energie produziert. Wir sind im Luftkurortgebiet. Und das Wasser, was dort getrunken wird, ist genau dieselbe Wasser, wie auf dem Markt, als Mineralwasser verkauft wird. Und dann noch möchten wir auch Strom lokal produzieren mit einem Wasserkraftwerk. Und was ist das Exit-Szenario von derartigen Projekten? Also wollt ihr das dann langfristig im Bestand halten oder verkauft ihr das dann global oder vielleicht noch im Einzelvertrieb? Wir haben zwei Partner, die engagieren sich mit zwei von diesen Gebäuden und den Rest dann halten wir im Bestand. Und da entstehen interessante, spannende, kleine Einheiten. Das sind Vermittlungsobjekte. Aber Ziel ist, dass die Nebenkosten sehr gering bleiben. Dass sich auch der Normalverdiener das auch leisten kann. Genau, das ist ja aktuell ein Thema mit den Gas-, Ölpreisen und so weiter. Dann ist man bei euch ja sehr gut aufgehoben. Das ist genau die regionale Lösung, die wir suchen. Fernwärme durch Holzreste. Dann zweitens, wir sind energieunabhängig, weil wir selber Strom produzieren möchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist 50%. Und durch die energieeffizienten Bauern, dann haben wir auch kaum Energiebedarf. Okay, sehr gut, sehr gut. Und die Zielgruppe der Mieter ist auch dann eher die älteren Herrschaften, unsere Struktur? Ein Mix, ein Mix. Wir wollten nicht die älteren ausschließen oder die jungen Menschen ausschließen. Wichtig ist, dass wir ein Mix herstellen, wo jung und alt sich zusammen wohlfühlen. Und das unterstützt auch unser Konzept. Ja, ich brauche, ich sage mal, die alten Menschen, die brauchen Komfort, die brauchen aber Kontakte. Und diese Kontakte mit den Jungen, die kommen auch zurück durch zum Beispiel jetzt, ja, du kannst auf meine Kinder für zwei Stunden aufpassen, aber dafür dann mache ich deine Einkäufe. Das ist alles regional, das bleibt sehr, sehr, sehr auf einem kleinen Maßstab gelöst. Aber dafür lösen wir Probleme, die anders möglicherweise zu lösen sind. Ja, gut, sehr gut. Und das hört sich sehr spannend an. Und eine abschließende Frage habe ich noch hier. Was sind deine Hauptziele hier auf der MiePIM heute? Gut, meine Hauptziele ist Kundenpflege. Wir treffen uns mit Bekannten und mit Freude und mit Kollegen. Drei Jahre Pause, das war zu lange. Und jetzt freuen wir uns alle, dass wir uns hier treffen. Deswegen haben wir auch wieder das Port Chamath gemietet, wo unsere Kollegen und Partner hier zu uns kommen. Und wir tauschen uns aus. Wir sehen, was die anderen Kollegen machen, was sie brauchen. Wir zeigen auch, was wir jetzt gerade entwickeln. Wir haben einige Projekte im Bereich von Senioren entwickelt oder sind wir dabei zu entwickeln? Unser Thema, das Thema der Zukunft ist eine Lösung, dauerhafte Lösung für Senioren. Und wir möchten einige Seniorenparks entwickeln. Und zwar Seniorenparks mit Anspruch. Ein Seniorenpark mit einer gewissen Größe, über 10.000 Quadratmeter, wo anspruchsvolle Menschen die komplette Palette von Leistungen vor Ort bekommen. Und zwar wieder regional und wieder nachhaltig. Und davon haben wir zwei, drei solche Projekte. Hört sich gut an, ja. Darfst du mir gerne auch mal im Detail vorstellen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Danke für das. Gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Projekte oder Angebote habt für Grossmann Group, dann let me know oder schreibt ihm direkt. Sehr schön. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.